Willkommen zurück, Leute, zu The Evil Within. Die Werkzeuge des Meisters immer noch. Ähm, ja. Es ist weiterhin furchtbar hier. Wir haben es mit einer, mit einem grausigen Monster zu tun, die wirklich nicht ohne ist. Vorher zersplädter ich die. Für den Fall, dass es knapp wird ein andermal. Das habe ich schon erledigt. Machen wir auch noch das. Nehmen wir uns die Muni. Laden es wieder auf und freuen uns auf die The Ring Toasty. So, da können wir ja nicht viel machen, außer einfrieren vielleicht. Um etwas Zeit zu gewinnen. Obwohl, ich glaube, ich versuche es einfach mal so. Ah, komm, seh zu. Nimm es mit. Nimm es mit. So, komm mal hier lang. Bist du hier? Bist du hier? Oh, Mist. Oh, Mist. Oh, Mist. Okay. Wo, wo, wo? Oh, oh. Okay. Komm mal hier lang. Komm mal hier lang. Wo kommt sie? Kommt sie? Juhu. Nicht so schnell, meine Liebe. Nicht so schnell. Nein, das war nicht gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendwo ist der Hebel da. Oh, sie ist immer so schnell auf einmal. Komm, jetzt. Ja. Sehr schön. Brände. So, wo muss ich lang? Oh Gott. Oh Gott. Der Hebel, der Hebel. Wo ist sie? Oh, shit. Da ist sie. Jetzt kommt sie. Ja. Nein. Oh Gott. Sie hat mich. Scheiße. Ja. Das ist dieses, dieser One-Hit-Scheiß. Echt, ganz ehrlich, hat sie einen Eimer, ist man tot. Vielleicht würde ich ganz knapp noch überleben, wenn ich ganz volle Energie habe. Aber ich glaube, man darf sich einfach komplett gar nicht erwischen lassen. Das ist doch furchtbar. Ich habe so Angst vor ihr. Naja, sie ist einfach so, so gemein. So ultra fies. Wenigstens habe ich den Hebel entdeckt. Oh Gott. So, das haben wir erledigt. Ich weiß halt immer nicht, wie viel Zeit ich da habe. Deswegen mache ich das so. Auf die Art. Puh, okay. Sie ist wirklich, also ich finde sie echt schlimm. Ich werde das hier bestimmt noch ein paar tausend Mal machen müssen. Lauf, lauf, lauf. Guck nicht so lange dabei zu, bitte. Ich laufe diesmal einfach vorbei. Ist mir egal. So, wo bist du? Wo bist du, bist du? Mach mal den Hebel. Okay. Scheiße, sie kommt. Oh Mann, oh. Lauf da lang, lauf da lang. Okay. Da ist sie. Sie kommt. Wo bist du? Uschi, wo bist du? Da ist sie. Okay, sie kommt. Wo ist sie denn jetzt wieder? Jetzt kommt sie da lang. Ey, das ist so blöd. Oh ey. Mädel, mach es mir nicht so schwer. Entscheid dich mal. Komm mal hier entlang. Kommst du hier lang? Jetzt kommt sie wieder da lang. Komm hier entlang. Komm. Nee, bleib mal hier. Mist. Ich habe es irgendwie nicht geschafft. Kann ich jetzt hier irgendwie mal weg? Kannst du da rein in den Ofen? Okay. Vielleicht magst du mal. Oh, da kann ich weiter. Oh, da kann ich weiter. Geh hoch. Tut mir leid, den Glibber habe ich nicht geschafft. Den Glibber habe ich nicht geschafft. Egal. Sie ist da, sie ist da, sie ist da. Nein. Nein. Ich wollte nicht den Blendholzen nehmen. Ja, komm, leck mich. Blödes Kackspiel. Tut mir leid, aber... Ey, das ist echt frustrierend. Das ist frustrierend. Sie steht vor mir. Was soll ich machen? Das nächste Mal gehe ich die Leiter wieder runter. Weil sie taucht ja wieder voll vor einem auf. Geil, ey. Immer wieder dieselbe Grütze. So, nimm den Scheiß mit. Wenigstens weiß ich, dass es da jetzt irgendwie aufgegangen ist. Aber war es die ganze Zeit offen oder... Oder nicht? Ich weiß es nicht. Irgendwo ging es da rein. Guck doch nicht so lange dabei zu, Alter. Lauf einfach. Hier, nimm die Spritze noch mit, oder was? Hier liegt doch immer noch was. Ey, dass die ihn auch immer noch erwischt, das verstehe ich nicht. Kannst du den Hebel betätigen, bitte? Lauf. Ja, ist schön. Wo bist du? Wuschi! Okay. Okay, okay. Ja. Dann komm da entlang. Kannst du nicht hier entlang kommen? Komm mal hier lang. Ja, komm. Ja, hab ich. So, jetzt hab ich das gemacht. Nimm es mit. Sie hat einmal gebrannt. Wo bist du? Da ist sie. Lauf. Lauf, 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 lauf. Benutz den Hebel. Benutz den, benutz den. Benutz den Kackhebel. Scheiße. Scheiße. Ey, lauf. Echt jetzt. Ist da ein Hebel irgendwo? Wo ist sie? Ist da ein Hebel? Da ist ein Hebel. Uh. Uh. Oh, sie ist so schrecklich. Sie ist so schrecklich. Wo ist der Hebel? Verdammt. Da. Ich hab's. Nimm die. Keine Ahnung, wo lang. Boah. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, weg da. Gott, nimm was. Nein. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Kann das hier aufhören? Wo ist, wo ist ein Hebel? Da. Huh. Habe ich ein paar Sekunden Zeit, mich zu regenerieren? Da ist auch noch ein bisschen Muni. Platt neu. Nimm mit. Okay. Okay, okay, okay. Ähm. Nimm noch eine Spritze. Boah, ich werd nicht mehr. Kontrollpunkt wär geil, echt. Ein Kontrollpunkt, ja. Sehr schön. Okay. Wo ist sie? Da ist sie. Ja, komm. Ich hab den Hebel schon gesehen. Ja, komm. Äh. Ja. Nein, 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 nein. Scheiße. Oh Gott. Bitte. Mach es doch nicht so furchtbar. Aber es ist ein Kontrollpunkt gewesen und das gibt mir irgendwie das Gefühl, es noch schaffen zu können, als immer wieder dasselbe machen zu müssen, aber ich sterbe hier bald noch. Echt. Die Nerven. Meine Nerven, da kommt sie schon. Nimm das mit. Vielleicht können wir sie mal herlocken, indem wir sie hier... Komm mal her. Komm mal her. Ja, geil. Okay, das hat schon mal nicht so gut geklappt. Joa. Schön. 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 Klappt hervorragend. Merke ich schon. Ey, das Vieh ist so schnell und so ekelhaft. Oh. Ja. Auch schön. Lauf. Ja. Porte dich ruhig durch die Gegend. Ich habe jetzt einen Schalter geschafft und jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Komm her. Shit, ich kriege sie nie angezündet, die blöde Kuh. Hier darf ich nicht lang. Irgendwo fehlen mir die Hebel. Da ist einer. Was noch? Was noch? Was noch? Was noch? Ich glaube, ich muss da lang. Kannst du da nicht durch? Nein, kannst du nicht. Sei nicht so verdammt schnell, wie du Biest. Wo ist der andere Hebel? Wo ist der andere Hebel? Äh. Da. Weg da, weg da, weg da. Scheiße. Scheiße. Ihr seht, wie schwer es ist. Keine Ahnung. Schwer halt. Aber ich habe drei Hebel gefunden. Das ist schon mal was. Schön wäre, wenn ich sie mal brennen lassen könnte. Komm her, Olle. Ja. Geh da in die Ecke. Ist mir egal. Geh da weg, Mann. Alter. Lass mich. Das war der Hebel. Wo ist der andere? Können wir sie mal irgendwie zwischendurch einspüren oder so? Mann, das will ich doch gar nicht. Okay. Wo ist der Hebel? Wo ist der Hebel? Den hatte ich doch schon. Wo ist der andere? Wo ist der andere Hebel, den ich noch nicht hatte? Lass es doch mal sein, mich zu verfolgen. Echt. Bin ich jetzt bescheuert? Oh. In dieser Panik ist es so schwer. Nerv nicht. War der da auf der anderen Seite? Mach, 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 mach. War der da? War der da? Nein. Den hatte ich schon. Der war irgendwo oben. Aber wo? Ich habe nur ein bisschen Zeit gewonnen. Komm her. Komm her. Ja, ist klar. Ist klar. Ich habe es direkt perfekt eigentlich angezündet. Und wahrscheinlich hätte ich es auch noch ganz geschafft, da mal wegzukommen aus der Ecke. Wenn ich den blöden dritten Hebel gerade irgendwie mal finden würde. Ich verstehe es gerade nicht. Ich hatte doch vorher auch schon zwei gefunden. Vielleicht laufe ich immer von der falschen Seite entlang oder so. Oh Mann, ey. Komm her, du Biest. Ja, schön. Ja. Ah, ich habe ein Hebel schon geschafft. Aber wo ist der andere? Da. 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 Das war der andere. Wir frieren sie ein. Würde ich sagen. Mist. Komm. Hier ein. Jeder an die Seite. Die Explosion erschüttert mich immer. Shit. Ey, ich raste hier noch aus. Es tut mir echt leid. Aber ich komme auf diese Kreatur nicht klar. So, ich komme damit nicht klar. Die Bomben. Ich könnte auch auf die Bomben noch bestimmt schießen. Aber ich bin einfach zu langsam oder so. Ich. Keine Ahnung. Ich versuche halt alles irgendwie zu beachten. Aber. Es ist einfach auch mega schwer. Hier in der Zeit, wo ich da stehe und auf sie warte, könnte ich den Hebel schon umschmeißen. Also scheißen wir vielleicht mal darauf, sie zu verbrennen. Auf der anderen Seite hilft es, ein paar Sekunden Zeit zu haben. Ich weiß nicht. Es ist. So, komm. Der Hebel. Komm mal her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Nee. Das war zu spät. Ich laufe auch immer in sie rein. Ich bin einfach zu dumm. Es tut mir echt leid. Aber. Ich glaube, ich muss noch ein paar Mal sterben. Scheiße. Ich werde das auch einfach nicht schneiden. Es ist einfach so. Ist mir egal. So, dann. Pech. Wenigstens komme ich schon mal auf die Idee, in der Zeit hier das zu machen mit dem Hebel. Wo ist sie? Da ist sie. Okay. Dann kann ich den ja auch schon machen. Oder auch nicht. Ja. Ist klar. Komm. Komm mal her. Komm her. Komm her, du blöde Schrulle. Ja. Komm. Wenigstens habe ich das Ding ausgelöst. Das ist schön. Aber sie kommt. Sie kommt. Das schaffe ich nicht. Das sehe ich schon kommen. Hierher, komm mal hierher. Komm mal hierher. Hier bin ich. Ja. Sei noch schneller, weißt du? Kann man ja mal machen. So voll schnell sein und so. Voll unfair. Oh. So, das ist unsere Chance. Leck mich. Ich hab's ausgelöst. So weit war ich noch nicht. Scheiße, scheiße. Nein, 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 nein. Kann ich da durch? Nein, da kann ich nicht durch, oder? Ich will da lang. Ich will da lang. Ich will da lang. Ich will da lang. Nein. Oh Gott. Hebel, 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 hebel. Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh Gott. Nein. Nein, 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 nein. Wieso brennt sie nicht, die blöde Kuh? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Brenne. Komm her und brenne. Geh weg da. Geh weg da. Was soll ich machen? Okay, sie kommt und ich brenne mal wieder. Ey, scheiße. Ich bin schon weitergekommen, als ich will, aber ich habe da jetzt gerade keinen Hebel gesehen, aber ich bin auch mega abgelenkt, weil es da total eng ist und keine Ahnung, ich muss jetzt alles nochmal machen, oder? Nee, da flippe ich aus. Nee, ich brauche echt einen Cut gerade. Das ist mir zu... Oh Gott, nein. Ich gucke noch mal in anderes Let's Play und keine Ahnung, tutorial mich selber irgendwie mit dieser echt mega schweren Szene. Und fahr mal runter und dann schaffen wir sie schon. Bis zum nächsten Part mit einer fröhlichen, lustigen, mehrarmigen Kreatur. Bis dann. Und...